Wie sind Sie wieder da? Wir sind zur Schlussrunde unserer Veranstaltung mit dem Titel Medienkompetenz, Schlüsselbildung als gesamtgesellschaftliche Aufgabe. In unserer Runde hier begrüße ich von außen beginnend Magistra Doktorin Maren Beaufort, Kommunikationswissenschaftlerin am Institut für Vergleichende Medien und Kommunikationswissenschaft der Österreichischen Akademie der Wissenschaften und der Universität Klagenfurt. Darf man nicht vergessen, ist immer wichtig zu erwähnen, sonst sind die Kollegen sauer. Die Regierungsrätin Michaela Dallinger aus dem Schulqualitätsmanagement der Wiener Bildungsdirektion, heute kurzfristig in Vertretung für Bildungsdirektor Heinrich Himmer. Ich hoffe, es ist alles gut mit ihm und es war nur ein wichtiger anderer Termin. Die Geschäftsführerin des Verbands Freier Rundfunk Österreich, Dr. Helga Schwarzwald und den Moderator der ORF Zeit im Bild TikTok, Idan Hanin. Toll, dass Sie alle da sind. Herzlich willkommen. Frau Beaufort, beginnen wir mit Ihnen in unserem Medienkompetenzbericht, den wir vorhin kurz gezeigt haben, vorgestellt haben. Schreiben Sie über die Relevanz von Informationskompetenz in Online-Kommunikationsräumen aus demokratiepolitischer Perspektive, wissenschaftlich genau das ausgedrückt, genau das, worüber wir heute im Kern reden. Zum Start zwei Dinge, die mir in Ihrem Beitrag so direkt ins Auge gesprungen sind. Sie scheinen das Wort Medienkompetenz geradezu zu vermeiden und Sie sprechen konsequent von Informationskompetenz. Das ist zugespitzt da, aber was bedeutet das für Sie? Naja, wir forschen hauptsächlich im englischsprachigen und im internationalen Kontext und da arbeiten wir einfach seit geraumer Zeit mit dem Terminus Information Literacy oder eben Media and Information Literacy. Und es ist aber so, dass unabhängig von einer theoretischen Debatte, die durchaus auch geführt wird, wo genaue Begriffsdefinitionen und auch eine Trennschärfe dieser Konzepte herausgearbeitet wird, denke ich, kann man unter Informationskompetenz einfach die Fähigkeit verstehen, den mit Informationen selbstbestimmt zu verreden, verantwortlich und zielgerichtet umzugehen. Und jetzt ist dieser kompetente Umgang mit Informationen auf unterschiedliche Aspekte gerichtet, auf Inhalt, auf das Medium, auf die Technik. Und da meint, es ist jetzt sehr pragmatisch gesagt, die Informationskompetenz ist dann vor allem auf den Inhalt gerichtet, unabhängig vom Ausspielkanal. Die Medienkompetenz ist auf das Medium gerichtet und etwas, was man vielleicht mit ICT-Kompetenz umschreiben könnte, wäre dann auf die Technik gerichtet. Das ist es im Prinzip. Weiter schreiben Sie da, dass wir mit unserem Nutzungsverhalten natürlich Spuren und Profile im Netz hinterlassen, die nicht nur dazu führen, dass wir mit selektivem, interessensorientierten Angeboten bedient werden, sondern dass diese Informationen auch dazu genutzt werden können, um Kredite, Versicherungen oder sogar Sozialleistungen zu verweigern. Da wird es dann schon ein bisschen düsterer. Aber Sie setzen noch eins drauf und schreiben, provokativ gesagt, könnten politische Systeme, die über solche Datenmengen verfügen, Bürgerinnen sukzessive als entbehrlich erachten. Wie ist das gemeint? Ich habe das natürlich als durchaus fiktives Szenario gezeichnet. Aber es ist mir schon ein Anliegen, auf den ganzen Komplex aufmerksam zu machen oder auch bewusst zu machen. Es wird mir oft sehr, sehr verkürzt diskutiert. Für viele Menschen ist mit personalisierten Daten und KI vor allem personalisierte Werbung im Kopf vorhanden. Und es ist mir schon ein Anliegen, dass das Bewusstsein geschaffen wird, dass auch Staaten, auch politische Systeme durchaus Entscheidungen treffen und auch in weit größerem Ausmaß in der Lage zu treffen sind, die eben auf Big Data Analysen basieren, die auch zum Teil auf personalisierten Daten basieren. Und natürlich sind wir vom obsoleten Bürger weit entfernt, wenn er überhaupt für uns gedacht werden muss. Oder wir sind auch von einem Sozialpunktesystem, wie es in China gehandhabt wird, weit entfernt. Und ich denke auch nicht, dass man in eine Art Dystopiewahn verfallen muss. Diese Innovationen sind in vielerlei Hinsicht sehr, sehr zuträglich. Aber es scheint mir doch sehr wichtig, überall da, wo Legitimierung von Entscheidungen und wo Zuschreibung von Verantwortlichkeit von Entscheidungen ins Spiel kommt, dass das nach demokratischen Spielregeln funktioniert und funktionieren kann. Und dafür ist sicherlich Regulierung bestimmter Rahmenbedingungen notwendig und auch sehr kluge Regulierung, die das ordentlich adressiert. Und wenn ich nur ganz kurz Bezug auf den Vormittag noch nehmen darf, es gehört auch Inhalteregulierung nach demokratischen Spielregeln legitimiert und sollte eigentlich nicht von großen internationalen, privatwirtschaftlichen Playern entschieden werden. Also Sie sprechen Gesetzesinitiativen an, wie den AI Act zum Beispiel und die nationalen Umsetzungen, die dann folgen werden. Zum Beispiel, aber vor allem eben fehlende demokratische Legitimierung von sehr vielen derzeit schon praktizierten Entscheidungsprozessen. Wir müssen gleich über Ihre Informationsrepertoire-Studie, ich muss das immer alles ablesen, Informationsrepertoire-Studie des österreichischen Medienpublikums, über die müssen wir unbedingt sprechen. Eine Studie, die zeigt, dass sich die österreichische Bevölkerung in sehr unterschiedliche Mediennutzungsgruppen mit sehr unterschiedlichen Vielfaltsansprüchen unterteilt und welche schlüssearrivierte Medien daraus ziehen können. Aber vorher gehen wir nochmal in die Runde. Frau Dallinger aus dem Schulqualitätsmanagement der Wiener Bildungsdirektion. Seit dem vergangenen Jahr dürfen Sie sich über die Einführung des neuen Pflichtfaches Digitale Grundbildung an den Mittelschulen und Gymnasien freuen. Eine Stunde pro Woche wird das in den Schulstufen 5 bis 8 unterrichtet. Erhöht das gefühlt den Druck auf die Schulen mit einem sehr komplexen Thema erfolgreich sein zu müssen, von dem ja gerne mal gesagt wird, naja, das sollen die meinem Kind in der Schule beibringen? Also grundsätzlich ist es so, dass wir die Arbeit in diesem Bereich zuvor ja schon hatten. Anders ist, neu ist, dass es hier um einen Pflichtgegenstand sich handelt, wo es eine Beurteilung gibt. Davor haben wir es als verbindliche Übung, also verbindlich, auch für alle verpflichtend, ja auch bereits im Unterricht gehabt. Also das wirklich neu, revolutionär neu dran ist, dass es ein Pflichtgegenstand und beurteilt ist. Das heißt, es gibt eine Note. Es gibt Prüfungen, Tests und so weiter. Ja, da sind wir auch dann gleich beim Lehrplan. Der Lehrplan ist auch neu und so wie bei allen Lehrplänen braucht es dann immer auch eine Zeit, bis der Lehrplan in den Schulen und in den Klassen, bis beim letzten Schüler, bei der letzten Schülerin auch ankommt. Das ist, da braucht es Fortbildung dazu, da braucht es Informationen auch dazu für die einzelnen Lehrpersonen, braucht es Ausbildungen. Also wir haben, glaube ich, meines Wissens da noch einen ziemlichen Aufholbedarf. Jemand, der den Unterrichtsgegenstand, digitale Grundbildung, geprüft, geprüfterweise unterrichten darf. Das haben wir gar nicht so viele. Mit dem Lehramt Informatik kann man das auf jeden Fall machen. Und wir sind auch unterschiedlich. Die einen Schulen sagen, ja, wir sind gerüstet, wir machen das eh schon die längste Zeit. Und die Personen, die das in der Vergangenheit als verbindliche Übungen unterrichtet haben, die schaffen das auch als benoteten Gegenstand. Und andere Schulen sagen, ja, und wo nehmen wir jetzt die ausgebildeten Lehrpersonen her? Das sind wir noch keine fertig. Also Lehrpersonal, würde man ja hoffen, ist jetzt umfangreich, tief geschult vorhanden. In der Verordnung des Bildungsministeriums durften gleich 150 neue Lehrkräfte für diese neue Aufgabe eingestellt werden, und zwar bundesweit. Wie sind Sie denn da jetzt wirklich aufgestellt? Unterschiedlich, wirklich unterschiedlich. Es gibt Schulen, die sagen, wir wissen gar nicht, wie wir das gut machen können. Und es gibt Schulen, die sagen, ja, wo ist das Problem? Also es ist einfach beides und die ganze Bandbreite. Wichtig ist, dass es die Möglichkeit der Ausbildung gibt. Wichtig ist, dass wir hier gut hinschauen. Also in meiner Aufgabe als Schulqualitätsmanagerin gehört es auch zu meinen Tätigkeiten dazu, an den einzelnen Schulen, für die ich verantwortlich bin, nachzufragen, was braucht es hier an Unterstützung? Welchen Bedarf gibt es hier? Also dass das gebündelt dann einfach auch an die Stellen weitergeleitet werden kann, an die Universitäten oder an die pädagogischen Hochschulen, damit hier einfach auch qualifiziertes Personal zur Verfügung steht. Jetzt muss ich Ihnen nämlich gestehen, dass ich dieses Akronym-SQM beziehungsweise Schulqualitätsmanagement durch Ihr Einspringen für Herrn Himmer heute das erste Mal gesehen habe. Ich wusste gar nicht, dass es so etwas gibt. Gerne Bein. Und bin auch ganz begeistert, dass es das gibt. Ich auch. Das ist meine Daseinsberechtigung, meine berufliche. Wie oft können Sie da dann einen Hakel machen und wie lang ist die Liste des Bedarfs im Vergleich? Also bei meiner, ich bin für 31 Schulen zuständig, davon ist ungefähr ein gutes Drittel, Sekundarstufe, habe ich derzeit null Bedarf, also lauter Hakel, alles grün. Ja, herzlichen Glückwunsch. Weil die Schulen einfach Lösungen finden. Ja, das sind Sie über lange Zeit gewohnt, Lösungen zu finden. Das können wir. Liebe Frau Schwarzwald, zurück aus dem so etwas von verdienten Sabbatical und zwar perfekt getimt zwischen unserer letzten Veranstaltung zur Medienkompetenz und der heutigen. Schön, dass Sie wieder da sind. Wieder da. Sie vertreten die klassische Instanz der praktischen Medienbildung. Die Rundfunkveranstalterinnen in Ihrem Verband machen überwiegend Radio und laden Bürgerinnen ein, Selbstsendungen zu gestalten, zu erfahren, was das journalistisch bedeutet, Themenfindung, Themen zu behandeln, die andernorts vielleicht auch keinen Platz finden. Aber wie fügt sich diese Art von Medienbildung, klassische Redaktion, klassisches Radio in die Herausforderung ein, vor denen wir gegenwärtig gerade mit dieser ganzen Diskussion um die Informationskompetenz in Online-Medien führen? Ja, also als erstes vielen Dank für die Einladung. Auch ich freue mich sehr, dass wir hier heute auch zur Medienkompetenz zusammenkommen. Als eine Vertreterin des Freien Rundfunks, 14 freie Radios, 3 freie Community-Fernsehsender. Da ist es so, dass ohne Medienkompetenz Vermittlung, ohne Medienkompetenz oder Medienbildung keine freien Radios, kein freies Fernsehen. Also von dem her ist es von Anbeginn, und das sind mittlerweile 25 Jahre, ein großes Thema in unserem Kontext. Ich hole jetzt auch ein bisschen aus, Sie merken es. Na, bitte gerne. Ja, weil es einfach auch eine Gelegenheit ist, die so nicht immer bestanden hat. Und das ist auch ein Kompliment oder auch ein positives Feedback an die RTR. Vor etlichen Jahren oder vor mehreren Jahren wäre Medienkompetenz, Medienbildung hier noch nicht so wichtig genommen worden, wie es jetzt der Fall ist. und da denke ich, auch hier kommt uns eine gewisse, wie soll man sagen, steht der Tropfen höhlt den Stein Rolle zu und wo wir das auch immer wieder schon eingebracht haben, weil wir es eben praktiziert haben in dem Sinn, dass Empowerment, Bildung, Enabling, also wie sagt man, bevor, ich war in England eben, das merkt man jetzt, also sozusagen ermöglichen Menschen, Menschen mit dem notwendigen Rüstzeug auch technisch auszustatten, dass das einfach eine Grundlage des freien Rundfunks ist, der ja mittlerweile im Radiobereich 25 Jahre von 100 Jahren Radio sozusagen auch feiert heuer. Und was aber da ganz ein wichtiger Punkt ist, ist, denke ich, die kritische Medienbildung oder auch sozusagen zu der ganzen medienbezogenen, zum ganzen medienbezogenen Know-how, zum ganzen rechtlichen, regulatorischen Rahmen dazu, auch das Schulen im Hinterfragen. Und da denke ich, haben wir heute viel auch darüber gehört. Da geht es um Privacy-Einstellungen, da geht es auch um Möglichkeiten, die ich sehr wohl im Online-Bereich habe, wo ich denke, auch hier möchte ich die Veranstalter, die ich vertrete, wie soll man sagen, loben und hervorheben, als welche, die bereits Ende der 90er Jahre in den digitalen Raum hinübergegangen sind oder Konvergenz auch im Sinne des Aufbaus eines Archivs, auch eines offen zugänglichen Archivs in Angriff genommen haben und hier sicher auch Vorreiter waren. Und eben in diesem Leute mit dem auszustatten, dass man einfach sich denkt, was kann ich selber machen? Was für Möglichkeiten habe ich? Welche Freiheiten habe ich auch? Und viele Leute denken, wenn Cookies aufgefordert werden, irgendwas abzuklicken und dann noch mit Dark Pattern, das die EU jetzt endlich, wie soll man sagen, verboten hat oder reguliert hat. Es gebe nur alles Zustimmen. Aber es gibt natürlich nicht nur alles Zustimmen, es gibt auch alles Ablehnen. Und die Website geht trotzdem auf. Und ich kann bei Facebook reingehen und meine Privacy-Einstellungen einfach in dem Rahmen des Möglichen im Sinne meiner Datensouveränität auch anpassen. Natürlich, wir wissen, Facebook ist ein großes Tier. Da geht das begrenzt, aber es geht was. Und ich denke, das ist auch das Wichtige. Bei uns kommt, glaube ich, auch noch dazu, dass einerseits die Schulung ein zentraler Bereich ist, dass aber auch das Programm ein wichtiger Bereich ist im Sinne dessen, was als Medienvielfalt in die österreichische Rundfunk und Medien das Angebot hineinkommt und auch, wer die Leute sind, die es machen. Also wir haben heute, ich bin auch sehr, sehr glücklich darüber, dass ich hier auch wieder mit jungen Menschen, die eben sie sehr genau überlegen können, wie erreicht die ZIP die jungen Hörerinnen und wo erreicht sie sie und aber auch mit Wissenschaft und Bildungsvertreterinnen hier am Podium sitzt, weil das ist letztlich eine wichtige Geschichte. zumal ja das Demokratieverständnis sich recht ändert, die Menschen sind einerseits verdrossen oder verunsichert, aber andererseits wollen ein Drittel der Bevölkerung einfach aktiv mitmachen in der Demokratie und Entscheidungen mitgestalten. Und ich glaube, da liegt irgendwie mit dem offenen Zugang, mit dem Schaffen von Bewusstsein für Öffentlichkeit. Also ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Ich glaube, der Herr von der Parlamentsdirektion hat gemeint, wenn es ums eigene Veröffentlichen geht, wissen Jugendliche oft nicht so recht. Und da denke ich, ist es eben auch wichtig, sozusagen zu schulen und sozusagen ein Bewusstsein für Öffentlichkeit zu schaffen, weil soziale Medien wirken oft privat. Mich interessiert, also mich fasziniert ja immer gerade bei der Arbeit der Freien, gerade dieser praktische Aspekt, wenn Bürgerinnen zu ihnen kommen, erlernen, wie man Inhalte produziert, dass man dabei auch eben erlernt. Und das war für mich in meiner früheren beruflichen Laufbahn halt auch etwas, was mir immer sehr viel Spaß gemacht hat. Aber man sieht, man schneidet Bilder, man trifft eine Auswahl, man entscheidet, was man ein O-Ton-Geber sagen lässt. Das hilft zu der Bewältigung des Themas Desinformation doch erheblich, oder nicht? Ja, also ich denke, das ist irgendwie im Bericht lese ich auch Medienkompetenz ist wie ein demokratisches Grundnahrungsmittel. Also das ist ein bisschen diese Grundnahrung. Einfach eine Erfahrung und ein Wissen darüber zu erlangen, dass das eben, wie soll ich sagen, auch was in den Medien vorkommt, immer ein Ausschnitt ist, immer eine Auswahl ist, die jemand trifft. Hier ist auch dann natürlich bei uns ein wichtiger Punkt, eine Kultur der Meinungsverschiedenheit zu kultivieren. Also auch eine gewisse Nähe zu Andersdenken, ein Nebeneinander und im Idealfall ein Miteinander von Verschiedenheit auch zu kultivieren. Und das ist, denke ich, auch etwas, was einfach ein wichtiger Aspekt ist, wenn es um Demokratie im ganz Basalen auch geht, die uns auch vor Abhanden kommt oder wenn wieder der Mensch aus dem Parlament sagt, die sind dann ganz überrascht, dass die sich nicht auch im täglichen Leben an die Gurgel gehen. Idan Hanin, schön, dass du da bist, freut mich sehr und ich möchte gleich etwas vorausschicken. Wir waren vom ersten Kontakt an per Du und das ging von dir aus, also nicht, dass jemand denkt, typisch der alte Mann denkt, nur weil da ein junger sitzt, kann er gleich Du sagen. War nicht so, ist mir sehr sympathisch. Ja. Viele werden ihn schon kennen, die anderen fragen sich vielleicht, ob er als Betroffener des Medienkompetenzunterrichts an Wiens Schulen hier sitzt oder als Teil der Lösung. Er ist Teil der Lösung, würde ich sagen. Idan, du moderierst zusammen mit Ambra Schuster die TikTok-ZIP im Ursprung ein Herzensprojekt von Armin Wolf, glaube ich, kann man so sagen. Jetzt sind hier sicherlich im Publikum auch einige, die nicht so regelmäßig auf TikTok unterwegs sind. Magst du mal ein bisschen beschreiben, was ihr da macht und was der Gedanke ist? Also der Grundgedanke ist eigentlich sehr einfach. Wir haben gesagt, wir müssen, müssen, müssen für junge Menschen Nachrichten machen und zwar so, dass sie sie verstehen, dass sie sich interessieren dafür und wir haben gemerkt und verstanden, dass wir da neu denken müssen ein bisschen und dass wir aber die Qualität der Zeit im Bild und die journalistische Qualität der Zeit im Bild trotzdem zu 100 Prozent weiter beibehalten. Und das ist bisher ein Balanceakt, weil auf TikTok haben wir nicht lange Zeit, um Dinge zu erklären. Das sind echt wenige Sekunden, in denen man nicht nur auf den Punkt kommen muss, sondern auch dann sozusagen die Diversität der Meinungen von ProtagonistInnen, von politischen Ereignissen, dass man das trotzdem mit einfließen lässt, dass das in der Kürze nicht verloren geht. Also zusammengefasst, wir machen Nachrichten für junge Menschen, wir machen Videos auf TikTok, die sind um die Minute lang immer und versuchen damit ganz, ganz klar eine Sache und zwar, dass junge Menschen Lust haben auf Nachrichten, weil ich glaube, das ist für einen demokratischen Diskurs nicht nur ganz schön, sondern unbedingt notwendig, weil sonst haben wir ein Problem. Jetzt habe ich kürzlich, ich habe mich dann auch schlau gemacht, ein paar Beiträge natürlich geschaut, einige mehr. Ich kannte das Angebot schon, natürlich gehört irgendwie zur Profession, aber ich habe mal wieder ein bisschen intensiver reingeschaut und habe dann ein wahres E-Post da gesehen, 90 Sekunden, der Nahostkonflikt in 90 Sekunden erklärt, da muss man auch Mut zur Lücke haben, aber sehr, sehr gut gelungen. Wie macht man das? Also wie trifft man da die Entscheidung bei so einem Thema, wo fange ich an? Gut, die ersten 1975 Jahre Geschichte weitestgehend überspringen. Wie macht man so etwas? Wie setzt man so etwas um? Also das ist ein, wir diskutieren immer viel darüber, wie wir ein Video machen, ob wir ein Video machen und natürlich gibt es auch manchmal Entscheidungen, wo wir sagen, das kann man nicht in der Kürze zusammenfassen. Da sind die Lücken zu groß, als dass man diesen Versuch wagen kann. Aber wir müssen ihn möglichst oft wagen, weil die Menschen, und das merken wir jetzt gerade ganz extrem, wenn es darum geht, was in den sozialen Medien abgeht, in den Kommentaren, in den Nachrichten, die uns direkt erreichen bei der ZIP, die Menschen sind überzeugt davon, dass die Wahrheit, die sie sozusagen kennen, die echte Wahrheit ist, weil woher sollen sie das bis jetzt gelernt haben, welche Nachrichtenseite jetzt die seriöse ist und welche nicht. Das ist auf Social Media, swipest du weiter und bekommst einmal uns und einmal einen Propagandakanal rein. Und das heißt, wir haben gemerkt, in einem Ausmaß, dass ehrlicherweise, zumindest seitdem ich da bin, bei der ZIP, seit ein paar Jahren, was wir noch nie gemerkt haben, und zwar, dass die Menschen hoch emotionalisiert sind und ihre Meinungen basieren auf Fake News, muss man sagen, wie es ist. Sie glauben Dinge, die nicht stimmen. Und deswegen haben wir gesagt, wir müssen zumindest versuchen, in der Zeitspanne, der Aufmerksamkeitsspanne, die sie mitbringen sozusagen, unsere jungen Zuseherinnen, in dieser Kürze müssen wir einmal versuchen, diesen Konflikt zu erklären, weil sonst haben wir das nie gemacht. Und wie sie richtig sagen, oder wie du richtig sagst, der Mut zur Lücke ist da groß, aber wir sind da wirklich in Abstimmung mit unserem Auslandsresor. Dann lesen mehrere Menschen aus dem Team drüber, damit wir wirklich sagen, die Lücken, die es gibt, sind notwendig, aber verzehren das Bild nicht. Und das ist ein Prozess, das geht nicht in zwei Minuten, auch wenn das Video am Ende nicht mal zwei Minuten lang ist. Also, es geht nicht schlicht darum, die Reichweite des ORF in die Medien zu verlängern, wo die Zuseherinnen sind, die heute vielleicht die klassischen Angebote des ORF so nicht mehr nutzen. Es geht nicht nur um Reichweite, sondern ihr habt schon da mehr Sendungsbewusstsein dahinter. Ja, absolut. Und wir glauben einfach, dass jeder Mensch, der sich politisch interessiert oder auch nicht jeder Mensch, der wählen kann und auch Menschen, die nicht wählen können, dass sie alle ein Recht haben darauf, Dinge verstehen zu können. Und das ist total schön, finde ich, zu sehen, wie Menschen sagen, ah, sie schauen nur die Sendungen. Dann sagen sie, ah, sie schauen nur die Zip-Tekter. Dann sagen sie, ah, ich schaue nur die Zip auf Instagram. Ah, nein, ich höre nur Radio. Und das ist gut so. Das ist die Vielfalt. Und jeder kann sich da aussuchen, was einem da irgendwie am besten gefällt, welche Sprache einem am besten gefällt. Und wir sind da auch ein Angebot dafür. Und das freut uns total, dass Leute das sich tatsächlich anschauen wollen. Ja, ich glaube uns alle, ja. Und es passt sehr, sehr gut. Maren, wir haben eigentlich vorher darüber geredet, machen wir am Podium du oder sie und hatten uns eigentlich aufs Du geeinigt irgendwie. Ja, ich würde aber gerne aufs Du zurückkommen. Maren, das schließt eigentlich ganz gut an deine Informationsrepertoire-Studie an, die ich vorher erwähnt habe, des österreichischen Medienpublikums. Du konntest die österreichische Bevölkerung in Mediennutzungsgruppen einteilen. Ich versuche jetzt mal, das so ein bisschen anzumoderieren. Mediennutzungsgruppen mit sehr unterschiedlichen Vielfaltansprüchen. Das reicht von denjenigen, die überwiegend klassische, arrivierte Medien nutzen und da auch breite Interessen haben, bis hin zu jenen, die nur noch online unterwegs sind. und sich im klassischen Informationsangebot gar nicht mehr wiederfinden. Und die Gruppe ist gar nicht mal so klein. Das war jetzt mit Sicherheit ein total gescheiterter Versuch, zu erläutern, was die Studienergebnisse sind. Aber bitte übernimm Du jetzt und erklär uns das mal. Ja, also vielen Dank. Vielen Dank auch an den Beitrag, an den ich tatsächlich sehr, sehr gut anschließen kann. Ich muss ein bisschen ausholen. Wir haben in unserer Arbeit eigentlich immer einen sehr stark demokratietheoretischen, sehr stark demokratiepolitischen Blick auf diese Dinge und haben uns mit mehreren Studien, also mit der angesprochenen, aber auch mit anderen, mit der Frage beschäftigt, wer durch welche Informationsmedien erreicht werden kann, wer nicht und warum. Und wir haben dabei Zusammenhänge festgestellt, die in der Veränderung des Demokratieverständnisses in der Bevölkerung liegen, Zusammenhänge zwischen dieser Veränderung des Demokratieverständnisses und veränderten Nutzungsverhalten und veränderten Beteiligungsverhalten. Und ich will nur ganz, ganz kurz versuchen, zu umreißen, worum es da eigentlich geht oder was da rausgekommen ist. Und ich werde es nicht in 90 Sekunden schaffen, obwohl das viel weniger kompliziert ist als dann. Das kann man aber trainieren, oder? Nein, nein, auch so von der Pflege. Ich kürze das dann. Ja, also bezogen auf dieses Demokratieverständnis ist es, und das hat die Helga vorher auch schon gesagt, so, dass das im Kern für immer mehr Menschen, und das ist inzwischen etwas mehr als ein Drittel der Österreicher und Österreicherinnen Demokratie, vor allem wieder mehr Eigenverantwortung für die Mitgestaltung der eigenen Lebenswelt bedeutet. Und das sind dann sehr stark auch jene Menschen, die sich von den klassischen Massenmedien und von der traditionellen Institutionenpolitik distanzieren, deshalb aber nicht gesellschaftlich-politisch desinteressiert wären und durchaus auch zur Beteiligung bereit sind, also dann eher zur zivilgesellschaftlichen Beteiligung. Die müssten nur da abgeholt werden, wo sie eben sind. Das heißt, die Gründung einer ZIP-TikTok, muss ich schauen, dass ich das nicht falsch ausspreche, ist da zum Beispiel ein sehr, sehr gelungener Schritt. Die müssen da abgeholt werden, wo sie sind. Aber dann auch, und das geht darüber hinaus, mit ihren eigenen Anliegen und mit dem, was für ihre eigene Lebenswelt wichtig ist. Und sie wollen auch diese eigenen Anliegen artikulieren können und sie auch vernetzen mit Gleichgesinnten. Es geht also nicht mehr nur um den informierten Bürger, die informierte Bürgerin, die fit gemacht werden müssen für eine Wahl, wo sie dann politischen Entscheidungsträgern Entscheidungsgewalt delegieren und Entscheidungsmacht delegieren. Es geht sehr wohl auch um eine Gruppe von Menschen, die als empowerte Bürger und Bürgerinnen, als vernetzte Bürger und Bürgerinnen an Entscheidungsprozessen teilhaben wollen. So etwas geht zum Beispiel, wenn man sich das praktisch vorstellen will, sehr gut da, wo es das eigene Lebensumfeld betrifft, also auch im lokalen Raum. Dass es diese Bereitschaft gibt, konnten wir empirisch zeigen für alle europäischen Länder. Es ist nur so, dass diese Menschen relativ häufig in den Strukturen, die unser Status quo momentan sind, auf eine Art Vakuum treffen, wo sie nicht abgeholt werden oder wo sie eben auch von teilweise demokratisch-dysfunktionalen Kräften mitgenommen werden. Also du redest vom Medienangebot. Das ist das Umfeld, von dem du da sprichst. Also grundsätzlich. Also vom Environment, also vom Umfeld, vom Medienumfeld, aber durchaus auch vom politischen Umfeld. Aber ich will gar nicht weiter in diese Richtung gehen. Ich will vielmehr zurückkommen zur Medienkompetenz, denn es gibt da einen weiteren spannenden Zusammenhang, denn es hat sich mit alledem auch die demokratische Rolle der Medien geändert und auch damit die Anforderungen an Medien- und Informationskompetenz. Denn dieses Drittel der Gesellschaft, wie es im Moment etwa ist, ist von traditionellen Massenmedien deshalb nur noch so schwer zu erreichen, weil es nicht mehr ausreicht, mit einem Monitoring bedient zu werden des gesellschaftlichen Geschehens aus einer Makroperspektive. Oder auch mit einer Vermittlertätigkeit zwischen Mächtigen und Bürgern und Bürgerinnen, sondern von Medien wird erwartet, dass sie partizipativen Zugang ermöglichen, dass sie das Publikum mit einbeziehen, dass sie Orientierung geben, und zwar auf einer Mikroperspektive, die eigenverantwortliches Weiterhandeln ermöglicht, Selbstwirksamkeit zu erfahren ermöglicht und auch Identifikation. Also das heißt, es braucht gelebte Diversität. Ist es zulässig anzunehmen, dass diese Gruppe überwiegend jung ist? Die Gruppe ist jung, aber nicht nur. Leitet sich daraus eine Erkenntnis ab für den Medienmarkt, so wie wir ihn zurzeit haben? Also leitet sich daraus die Empfehlung ab, an Medien ihr Portfolio an Angeboten zu überdenken? Ja, das tut es schon. Also es wird, wenn man das zu Ende denkt, tatsächlich klar, dass einerseits Online-Kommunikationsräume für diese Menschen wesentlich spannender sind als traditionelle Massenmedien, wie sie heute ausgestaltet sind. Es leitet sich auch daraus ab, dass es sehr wichtig ist, dass Information nicht nur so rüberkommt von dem alten weißen Mann im Anzug mit Krawatte in einer Art Einweg. Wie meinst du jetzt? Einweg-Kommunikation. Nicht nur. Ich habe gar keine Krawatte. Es wird, denke ich, auch klar, dass es nicht rein mit einer verkürzten Aufmerksamkeitsspanne zu tun hat. Also es ist nicht damit getan, dass man das Althergebrachte verkürzt und einfach eins zu eins online stellt, sondern es muss tatsächlich sich gut überlegt werden, wie das anders gebracht werden kann. Und das ist dann eben vor allem jung, divers und anschlussfähig an die eigene Lebenswelt. Aber wenn wir mal ganz ehrlich sind, Ihre Aufmerksamkeitsspanne spielt schon auch eine Rolle bei euren Videos. Auf jeden Fall. Und das ist eben ein bisschen dieser, wie soll ich sagen, dieser Spagat ein bisschen, den ich vorhin schon erwähnt habe, kurz, dass man in dieser Kürze trotzdem halt das meiste rausholen muss und kann. Also die ersten Sekunden, wenn man die nicht genau auf den Punkt trifft, dann swipen die Leute schnell weiter. Klar, Aufmerksamkeitsspanne ist kurz. Das ist, finde ich, nicht die Schuld der jungen Menschen, sondern das ist dem geschuldet, wie sich der Medienkonsum einfach in den letzten Jahren ganz drastisch verändert hat. Weil es einfach ein Lerneffekt auch zu swipen. Genau, absolut. Und ich glaube, genau das ist aber auch wichtig, weil das ist teilweise ärgerlich. Teilweise denkt man sich, man kann die Welt nicht immer ein paar Sekunden erklären und es wäre immer besser irgendwie, wenn man zehn Minuten hätte. Aber das ist nicht mehr die Realität. Wenn wir zehn Minuten machen, dann schaut es auf TikTok, ich schätze, zwei Leute. Und das ist zu wenig, um sozusagen zu sagen, dass man das jetzt gerade richtig gemacht hat. Das heißt, ich glaube, diese Challenge, die muss man annehmen, weil sonst verpassen wir da was ganz Großes, was nämlich ist, die jungen Menschen mitzunehmen. Es gibt einen sehr eklatanten Unterschied zwischen der Tagesschau in 100 Sekunden und der Zip TikTok in 90 Sekunden. Und das ist genau der, den ich beschrieben habe. Die Tagesschau in 100 Sekunden ist ein reines Verkürzen der Zeit. Und was ihr macht, ist ein neues Produkt. Ich meine, jetzt muss man zur Ehrerätung der Tagesschau in 100 Sekunden sagen, die gibt es seit über 20 Jahren und hat sich seitdem nicht verändert, was vielleicht keine Ehrenrettung ist. Aber ja, sie wird von Menschen mit Krawatte in einem klassischen Studiodesign irgendwie präsentiert. Aber es war, glaube ich, damals auch schon der Versuch, auf diese sich verändernden Mediennutzungsgewohnheiten junger Menschen einzugehen. Was ich bei dir nochmal eben kurz nachfragen wollte, ist, ihr macht ja noch was ganz Entscheidendes. Ihr bietet ja, oder ich habe es falsch verstanden, aber ihr bietet ja, ist durchaus möglich, ein Video pro Tag an. Das heißt, ihr kuratiert, also das, was die Nachrichten, die Hauptnachrichten im Fernsehen, sage ich mal, tun, kuratieren, was sind die Themen des Tages, aber dann runterbrechen auf 10, 12, 14, das brecht ihr runter auf 1. Ist das nicht noch eine zusätzliche Geschichte, wo man sagen muss, das ist jetzt aber dann schon sehr verengt, die Information des Tages. Das, mit dem einen Video, das ist, wenn wir sozusagen alleine im Dienst sind, weil dann gibt es teilweise noch andere Dinge, die man machen muss, oft geht sich dann eben nur ein Video aus für eine Person. Wenn wir zu zweit sind, die andere und ich, dann machen wir in der Regel zwei bis drei Videos. Und das Ding ist, warum, das ist sozusagen der Kreis davon, manchmal fragen uns Leute, was macht sie acht Stunden, wenn ihr eine Minute im Endeffekt produziert? Was sitzt ihr da vier Stunden rum? Ich erkläre es dir. Das ist ein Prozess und genau das ist dieser springende Punkt, wenn wir sagen, okay, fetzt mal das hin in 90 Sekunden und dann schreibe ich das runter und dann nehme ich aus dem Beitrag diesen Satz und aus dem anderen Beitrag diesen Satz, dann wird das schon sehr schnell gehen. Dann wird es aber noch immer keiner schauen. und dieser Prozess sich wirklich zu überlegen, was ist der Zugang, der der Beste, mit Abstand Beste ist, den man da jetzt finden kann, der nicht verkürzt ist, aber der Lust macht, sozusagen das Video weiterzuschauen. Das braucht Zeit und zusätzlich, und das ist ein Unterschied zu uns als RedakteurInnen bei der Social Media, Social Media Team der ZIP, im Vergleich zum Fernsehteam der ZIP, dass wir nicht nur selber schreiben, sondern auch selber produzieren, selber schneiden, selber nachbearbeiten und eigentlich die komplette Gestaltung jedes Videos liegt bei uns und das ist schon etwas, was im Fernsehen zum Beispiel aufgeteilt ist, einfach weil einfach in der Masse der Themen sozusagen und bei 14 Themen in einer Sendung kann nicht ein Redakteur oder eine Redakteurin alles machen, denke ich, und da gibt es dann CutterInnen und dann gibt es Menschen, die mit einem Drehen fahren und dieser technische Komponente irgendwie mitdenken. Das heißt, das ist bei uns der Grund, warum wir für ein Video, wenn es ein größeres ist, einen Tag brauchen. Wenn es jetzt ein kleineres ist, wo man jetzt wirklich, ja, was irgendwie ein zeichnteres Thema ist, dann geht das schon noch schnell mal in drei oder vier. Also so ist es nicht. Ich habe die Frage vor allen Dingen deshalb gestellt, weil ich weiß, dass es eine, aus eigener Erfahrung, dass es eine große Verantwortung ist, die Themen des Tages auszusuchen für das Publikum und zu kuratieren, aber dann eben, ich mir denke, dass die Verantwortung noch mal erheblich steigt, wenn man sich ein junges Publikum wendet und dann sagt, okay, das sind die zwei oder das eine Top-Thema des Tages. Was ist heute Top-Thema? Heute das Top-Thema, wir haben heute tatsächlich etwas, was jetzt nicht komplett tagesaktuell ist, aber schon irgendwie und zwar kommt heute noch ein Video über das Tunnelsystem der Hamas. Da haben wir mal versucht, irgendwie zu erklären, was die da aufgebaut haben und das ist zum Beispiel heute jetzt mein Thema. Eher dunklerer Beitrag dann. Ja, viele Tunnel. Frau Schwarzfeld, aus Ihrer Perspektive, freier Rundfunk, ich nehme mal an, dass Sie so eine Geschichte wie die ZipTikTok absolut begrüßenswert halten. Gibt es, nehme ich an, bitte widersprechen Sie mir. Bitte nicht. Aber könnten Sie sich aus Ihrer Perspektive der Freien, Sie unterliegen ja anderen Zwängen oder weniger Zwängen als die, die kommerziell tätig sein müssen an diesem Medienmarkt. Denken Sie sich da manchmal, Mensch, warum machen die Privaten oder andere Öffentlich-Rechtliche im europäischen Raum nicht das und das? Also hätten Sie manchmal Ideen, wo Sie sagen, das sollten die eigentlich machen, um eben auch diese junge Zielgruppe stärker wieder zu erreichen? Also ich denke, es gibt einfach viel zu tun. Es geht, glaube ich, also auch nicht nur um die junge Zielgruppe. Ich finde es bemerkenswert und toll, was hier versucht wird. Wir sitzen ja auch mit dem ORF immer wieder auch in Bezug auf, sagen wir mal, European Public Open Spaces oder wie überführt man irgendwas in den digitalen Raum hinüber. Und da geht es um große Themen, die nicht nur Formate betreffen. Und ich denke, ich wünsche mir natürlich, zum Beispiel beim ORF habe ich auch für den ORF mich immer sozusagen stark gemacht, das mehr möglich sein muss im Online-Bereich, dass es einfach schade ist, wenn die demokratischen Möglichkeiten von Medien letztlich der Konkurrenz am Markt, die ich durchaus verstehen kann, als Interessenvertreterin, letztlich zum Opfer fallen. Und insofern bin ich, also ist das eine positive Entwicklung, dass es sowas überhaupt geben kann. Und sonst denke ich, zu Ihrer Frage, es ist, glaube ich, auch gerade zur Medienkompetenz, Informationskompetenz, auch bei uns allen, durchaus Luft nach oben. Bei vielen ist es im Kürzerwerden, das sehe ich auch bei unseren Sendungen zum Teil. Aber es, glaube ich, wäre für mich so, was mir dazu einfällt, ist auch die Frage da, wie kann ich als Medium auch noch mehr Transparenz über mein Medienschaffen herstellen, wie kann ich auch Transparenz und über Selbstreflexion quasi die Hörer oder Seherinnen mitnehmen. Da sehe ich in Deutschland auch mehr, sage ich jetzt mal, Deutschlandfunk, selbst Medias Res, tägliches Programm, wo auch auf sich selbst geschaut wird, jetzt im Vergleich zu Doublecheck, einmal im Monat, Breitband auch, was mir noch einfällt, nach Redaktionsschluss, das sind jetzt alles Formate aus dem Radiobereich, aber da geht es zum Beispiel, also gerade bei dem nach dem Redaktionsschluss geht es ja auch darum, dass Seherinnen, Hörerinnen quasi ihre Kritik, ihre Zweifel, ihre Bedenken in Bezug auf Medien an die Medienmacher wieder zurückbringen und hier vor allem in einer Redaktion, die selber Medien zum Thema hat. Das würde vielleicht auch so ein bisschen diese Frittbarn-Schlagworte, die ständig jetzt aufpoppen oder schon seit längerem Staatsfunk und so weiter, das würde man damit und das wird dort genau auch konstruktiv thematisiert. Ich würde noch gern zum Abschluss vielleicht ein Format auch bringen, das von den freien Radios kommt und aber das Thema von heute mit, von jung bis älter, sage ich einmal, auch gut zusammenbringt und was auch, sagen wir mal, ein Kooperationsprojekt sein könnte, ich wünsche mir auch mehr Austausch über die sozusagen Sektoren hinweg zum Thema Informations, also Competence, Information Literacy, da gibt es in Österreich einfach ganz wenig, anders als in anderen europäischen Ländern, aber es gibt bei den Freien ein Magazin, das Menschen, die als junge Künstler kreative angefangen haben und irgendwann Eltern wurden, machen und das heißt Medienzirkus, und das beschäftigt, das adressiert eigentlich die Herausforderungen von Eltern, die Kinder haben und da geht es um Themen wie, sage ich nur ein paar kleine Beispiele, Familienalbum im Netz, wie gehen wir in digitalen Zeiten mit Kinderfotos um, wie funktioniert das Internet, Roblox, ein Gaming-Universum und digitaler Treffpunkt für Kids, Gespräche mit einem Experten, es geht aber auch, wie ich gesehen habe, um Spiele, ja, Apps und Games für die Jüngsten, Empfehlungen für zwei- bis sechsjährige, klassische Medienkompetenz, genau, und ich denke, sowas, also um solche Themen herum könnte man was aufbauen, was ausbauen und auch voneinander lernen. Ich denke, jeder hat seine Stärken und im Grunde sagen wir alle, die Demokratie ist uns wichtig und so gesehen geht es auch darum, Kooperation und Anerkennung über die Grenzen hinweg zu stärken. Frau Dallinger, wo wir jetzt gerade natürlich auch besonders über junge Menschen reden, muss ich noch einmal kurz zurückkommen auf dieses gedruckte Lehrbuch, über das, Sie sind dafür nicht verantwortlich, aber über das wir vorhin schon vorhanden haben, wobei es ist unfair, weil es gibt es auch als E-Book, also da muss man ja zusagen. Ich habe da mal nicht verantwortlich. Ich habe da mal durchgeschaut, da gibt es Kapitelüberschriften wie ist das Information oder Werbung, klassisches Medienkompetenzthema, sehr wichtig, gar keine Frage, aber es gibt auch Kapitelüberschriften wie und plötzlich ist alles weg, ja, kennen wir irgendwie, oder das Internet verbindet uns, hallo Welt, ist da jemand, haben Sie schon mal reingeschaut ins Lehrbuch, oder mein Favorit, die immer wieder aktuelle Frage, Chat, Brief oder Flaschenpost, ist das jetzt richtig aufgehoben in einem Lehrbuch über digitale Grundbildung? Also ein Lehrbuch, egal zu welchem Unterrichtsgegenstand, ist ein Begleitmaterial. Grundsätzlich, wir haben den Lehrplan, der für uns bindend ist, da steht drinnen, welche Kompetenzen die Schülerinnen und Schüler am Ende erworben haben sollen und wir haben Methodenfreiheit und ja, ich darf als Lehrerin mir selber überlegen, wie ich das mache, als Unterricht, also wenn ich als Lehrerin finde, dass dieses Kapitel geeignet ist, meinen Unterricht zu unterstützen, dann werde ich es verwenden und wenn ich das finde, dass es nicht geeignet ist, dann werde ich es einfach weglassen und werde andere Quellen verwenden, um die Schülerinnen und Schüler zu dem zu befähigen, was sie lernen sollen. Wobei, ich finde das Beispiel mit der Flaschenpost ja sehr charmant, weil in dieser beschleunigten Zeit, in der wir leben, ist das vielleicht ein bisschen entschleunigend. Absolut charmanter bin ich völlig bei Ihnen. Gibt es vielleicht noch Fragen aus dem Publikum? Ich würde ganz gern eine ganz wesentliche Botschaft hier auch noch platzieren, nämlich ganz am Anfang steht auch irgendwo die Lesekompetenz. Wenn wir nicht lesen können, dann nützt uns die ganzen Medien auch gar nichts oder auch die Kompetenz zuzuhören und miteinander zu sprechen. Das ist viel per Video inzwischen. Genau, also Lesekompetenz und Zuhörkompetenz. Trotzdem wichtig. Genau, richtig. Und ich meine, ich repräsentiere da heute eine Bevölkerungsgruppe von sechs bis 19 Jahren. Da haben wir alle möglichen Abstufungen auch in dem Kompetenzerwerb vertreten und mir ist wichtig festzuhalten, dass wir bereits in der Primarstufe damit beginnen müssen, also mit der Schulung der Medienkompetenz, weil das ist nicht etwas, was man dann erst mit zehn Jahren, wenn dann der Lehrplan digitale Grundbildung vorsieht, beginnt. Das fahnt im Kindergarten. Ja, mit Sicherheit. Und wenn Sie von Lesekompetenz sprechen, steckt da auch so ein bisschen ein Appell an die Eltern drin, das zu unterstützen? Also ein gesamtgesellschaftlicher Appell, beziehungsweise, ich glaube, der Herr Minister Polaschek hat erst vorgestern oder vorgestern in einer Pressekonferenz auch wieder ganz massiv eine Initiative zur Stärkung der Lesekompetenz beworben. Und ich glaube, am 21. März 2024 wird es Österreich weiter einen Vorlesetag geben. Wir haben die Lesepartinnen und Lesepartner in Wien, die das super begleiten und unterstützen. Und was mir auch noch wichtig ist zu sagen, weil Sie das angesprochen haben mit der Kooperation, also wir in der Bildungsdirektion sind sehr, sehr dankbar für alle möglichen Kooperationen. Mit Expertinnen und Experten sind wir auch froh, dass es die Kooperation mit dem RTR hier gibt. Wir haben auch die Kooperation mit der Rechtsanwaltskammer, wo es einfach auch darum geht, dass ungefähr strafmündige junge Menschen die Auswirkungen erfahren von Rechtsanwälten, die, das ist je beschrieben hier in dem Buch, von Rechtsanwälten und Rechtsanwältinnen, die das ehrenamtlich machen. Was hat das für eine Konsequenz, wenn ich jetzt das Foto von Ihnen jetzt wem anderen schicke? Also das ist ganz wichtig, dass wir hier dieses Know-how auch einbeziehen können in unsere tägliche Arbeit. Die Initiative der Rechtsanwälte an den Wiener Schulen oder ist das österreichweit? Wien. Wien an den Wiener Schulen, genau, einer der vielen tollen Artikel in diesem Medienkompetenz Bericht. Frau Dallinger hat Ihnen jetzt ausreichend Möglichkeit gegeben, darüber nachzudenken, ob Sie noch eine Frage ans Podium haben. Ich habe es ja schon angeteast, es kommt zurück. Bitte schön. Ich habe jetzt noch eine Frage an den Wiedern, den ich gerade verdecke. Du hast zuerst so schön ausgeführt, wie die Recherchearbeit das dauert, dass man so Kurzvideos macht und wir beschäftigen uns auch dafür, was nun für Aspekt dazu kommt, ist, dass auf TikTok natürlich die Leute auf so kurzen Videos auch gerne an Respond geben und eine Meinung tun und danken eben diese weitere Ebene der Kommentare hinzu und ich habe gesehen, ob Sie die Kommentare auch nicht ausgeschalten, wie geht es damit um, antwortet ihr Fragen, lasst die Diskussionen zu, antwortet ihr als Diskussionen oder wie reguliert sie das? Ich weiß nicht, ob das jeder, ja, achso, ich dachte schon, ich mache das, ich dachte mal, ich mache das, es geht um die Frage, ob, es gibt die Kommentarfunktion auf TikTok, ihr habt die nicht abgedreht, wie geht ihr damit um, wenn die eure Zuseherinnen da was posten? Das ist sehr gut zusammengesessen, das könnte ein TikTok sein, das waren 80 Kunden, fünf müssen es sein, also, sehr gute Frage, wir merken, wie ich es vorhin auch schon angesprochen habe, ein bisschen, dass natürlich die jetzige Situation, die jetzige Situation eine total herausfordernde ist, weil die Kommentare noch mal exponentiell mehr geworden sind seit Ausbruch des Kriegs zwischen Israel und Gaza. Wir haben jetzt Menschen, die tatsächlich sozusagen da sind, um diese Kommentare zu moderieren, um Dinge zu löschen, um einfach zu schauen, ob da irgendwas passiert, was man vielleicht im Verfassungsschutz melden muss. Das ist schon ein sehr wichtiges Thema. Sonst schauen wirklich, immer jemand mehrmals am Tag alles durchschaut. Aber klar, es ist eine riesige Masse an Kommentaren und wir haben uns ganz bewusst dazu entschieden, die Kommentare nicht auszuschalten. Es wird uns Arbeit ersparen, aber wir glauben, dass diese Kommentare ganz essentiell dafür sind, damit eben, wie du es richtig gesagt hast, ein Diskurs trotzdem entstehen kann und soll. Aber es geht nicht alles und es gibt Dinge, die sind strafrechtlich oder irgendwie zumindest relevant, dass man sie anzeigt oder Ähnliches und da geben wir wirklich unser Bestes, aber natürlich im Idealfall braucht man echt viele Menschen, die das machen. Und betrifft eines der Erkenntnisse, die Maren Beaufort in ihrer Studie herausgefunden hat, nämlich dass es dieses, ich nenne es jetzt auch mal partizipative Element irgendwie braucht, für speziell diese Gruppe, die da angesprochen wird. Vielen Dank für die Frage. Es gibt da verschiedene Möglichkeiten, aber das ist mal eine. Ich sehe da ganz, haben wir eigentlich ein Handmikrofon vielleicht noch? Ich spreche laut genug, ich wollte eigentlich nur Sabine Schuh rechts haben als Kammer Wien, ich freue mich auch sehr wirklich auf unsere Kooperation, dass wir da auch hier vertreten sind. Was ich wirklich gut finde, wir haben es geschafft, wir sind im Föderalismus unterwegs, wir haben in Wien wirklich ein super Projekt gestartet, dass wir jetzt auch Kammeramtsdirektoren Ebene auch in Bundesländern, in Niederösterreich, in Kärnten, unsere Präsentation, die wir erarbeitet haben, die wir gemacht haben, übernommen, die Projekte starten in den Bundesländern, ich würde mir das für viele Initiativen, die wir heute gehört haben, extrem wünschen, dass wir da ein bisschen vom Föderalismus jetzt bitte Christ aber Weihnachten kommt ja jetzt falsch, dass wir ein bisschen wegkommen vom Föderalismus und hin einfach dazu, so gute Vorzeigeprojekte bundesweit auszurollen, uns zu trauen, über die Grenzen hinweg zu denken, das wäre ein Wunsch und was ganz zu Beginn genannt wurde, es gehören auch die Eltern ins Boot, das haben wir mit der Bildungsdirektion auch schon ein bisschen besprochen, da sind uns halt ein bisschen, also da kann die Bildungsdirektion nicht sagen, die Eltern müssen jetzt teilnehmen an dem Vortrag, ich glaube da wird es auch wichtig sein, dass wir auch als Rechtsanwaltskammer vielleicht auch schauen, Eltern vielleicht über andere Berufsverbände ins Boot zu holen. Warum liegt mir das am Herzen? Ich bin von meinem Grundquellberuf her Psychologin im ersten Bildungsweg und ich finde das heute eine super Veranstaltung, danke. Ja, vielen Dank Ihnen. Hilft das Bildungsministerium da nicht vielleicht bei dem Bundesweiterdenken, okay, Achsel zucken, vielleicht mal versuchen. Wir würden uns freuen und wir haben es jetzt sozusagen auf Rechtsanwaltskammer Ebene geschafft, eben über unseren Austausch über die Länderkammern das Projekt zu promoten. Es ist bei uns jedes Jahr im Leistungsbericht, also eigentlich das Vorzeigeprojekt und wir haben einen Run drauf und die Rechtsanwältinnen, die Rechtsanwälte machen das wirklich ehrenamtlich und wir haben auch immer wieder Medienanfragen, was so toll zu sehen ist, dass auch die Schuldirektoren sagen, sie freuen sich immer auf die Vorträge, weil dann haben sie sechs Wochen keine Abmahnungen in der Schule, weil es ist was anderes, wenn das der Lehrer sagt oder wenn das der Rechtsanwalt sagt. Und ich war aber sehr viel in dieser Vorträge dabei und es ist einfach wirklich toll zu sehen, die Kinder sind sich dessen nicht bewusst, warum nicht, weil sich die Eltern auch nicht dessen bewusst sind. Die geben den Kindern das in die Hand, ganz zu Beginn war das mit den zwölf Jahren, wenn man sich die AGBs durchlässt, ab 16 TikTok etc., WhatsApp, da braucht es mehr, da braucht es uns alle, da braucht es uns als Eltern, da braucht es uns als verantwortliche Erwachsene. Also das ist, ja wie gesagt, das ist eben wirklich toll. Und ich finde es toll, dass wir die Kooperation geschafft haben vor zwei Jahren und dass wir es auch weiterführen nächstes Jahr. Vielen Dank. Ich fürchte, ich muss jetzt ein bisschen eine drängende Frage noch, wenn Sie sich... Leider auch ein kurzes Kommentar und eine Differenzierung. Ich habe, Uli Weiß, ich habe den Eindruck, wir haben so eine Verkürzung, je jünger, desto kürzer müssen die Medienbeiträge sein. Ich möchte als Medienwissenschaftler Ihnen mit einem Hut sagen, das stimmt so nicht. Wir haben natürlich auch viele junge Leute, die sehr lange Podcasts hören. Also Achtung, die Media ist die Message. Wenn wir TikTok um sozusagen die Bilderlogiken haben, ist das das eine, da muss es kurz sein. Aber es gibt die andere gegenläufige digitale Kultur, wo Menschen mit fetten Kopfhörern stundenlang sich lange, zum Beispiel auch die historische Podcast-Stories anhören. Also Achtung, es geht nicht alles immerhin eine Tendenz, es ist kompliziert und schwierig, es gibt doch die Freude an der Länge und das bieten zum Beispiel auch die Radios an. Lange, lange Zeit. Da will ich nur ganz einen Satz dazu sagen, das habe ich vorhin eigentlich auch schon gesagt, ich finde es gut, dass nicht jeder und jede gleich Medien konsumiert und dass es nicht nur uns gibt, sondern ganz viele andere, ganz tolle Journalistinnen und Journalisten, die täglich fantastische Arbeit machen und das soll so bleiben und ich gebe 100% recht, das stimmt natürlich, unser Job jetzt bei der ZIP konkret, um das klarzumachen, ist jetzt dieser. Also es ist auch eine Zusammenstellung eines Informationsrepertoires, die Leute schauen ja nicht nur kurztip, zick, 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 jetzt ist es passiert, sondern stellen ihr Informationsrepertoire ja aus unterschiedlichen Quellen zusammen, die eben zunehmend eigenverantwortlich auch thematisch flexibel gewählt werden wollen. Ich denke, es gibt alle Ansprüche, es gibt die, die es gerne kurz und knackig haben, sage ich mal, es gibt diejenigen, die es gerne ausführlich haben und ich glaube, es ist toll, wenn es eben verschiedene Angebote gibt, diese verschiedenen Rezipienten erreichen und zwar vor allen Dingen mit qualitätsvollen Informationen erreichen und deshalb glaube ich, ist diese Angebotsvielfalt groß, gut und wichtig. Wir müssen zum Ende kommen, weil ich glaube, die Aufmerksamkeitsspanne selbst unserer Zuseherinnen ist allmählich erreicht. Wir waren jetzt drei Stunden im Livestream. Ich hoffe, es hat allen gefallen. Ich bedanke mich nochmal ganz herzlich bei allen, die vorhin hier waren, aber eben auch hier nochmal ganz herzlichen Dank in die Runde, Mag. Dr. Dr. Orin Maren Bufour, Regierungsrätin Michaela Dallenger, Frau Dr. Schwarzwaldverband österreichischer, freier Rundfunk, Entschuldigung, ich war schon beim nächsten und den Moderator der ORF-ZIP TikTok, Idan Hanin, ganz, ganz herzlichen Dank. Ich denke, wir haben heute mitgenommen, dass es wirklich schon zahlreiche Bildungs- und Informationsangebote gibt, um die eigene Medienkompetenz zu stärken, zu finden, zum Beispiel eben auch auf unserem Medienkompetenzatlas unter medienkompetenz.rtr.at und über die heutigen Vorträge hinaus noch einige andere Projekte, die in unserem Medienkompetenzbericht vorgestellt werden. Das Problem der Desinformation im Netz ist groß und das ist eine reale Gefahr für die Demokratie, auch, weil die Lügen technisch immer besser werden. Es wäre deshalb wichtig, dass wir alle unsere Verantwortung erkennen, vielleicht, wenn Sie mir den salbungsvollen Satz erlauben, und nicht nur uns selbst versuchen, fortzubilden, sondern auch immer wieder überlegen, wie können wir unserer Umgebung dabei helfen, medienkompetenter, informationskompetenter zu werden. Ich danke allen Gesprächspartnerinnen nochmal ganz herzlich, danke Ihnen fürs lange Zusehen, Ihnen hier im Saal und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag und nächste Nachrichten kommen, ach nee, da würde ich jetzt, wenn ich eine Zeit sage, sagen, welchen Sender ich meine. Nachrichten schauen. Danke, Wiederschauen. Vielen Dank.